die 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 also die wichtigsten Punkte kenne ich halbwegs auswendig mittlerweile wie ich nach Hause komme wo ich abbiegen muss Pipapo das kann ich mittlerweile alles aus dem FF nur noch nicht so die paar Punkte da muss ich ein bisschen suchen also ist glaube ich eine Karte mittlerweile halbwegs überflüssig oder? ich muss ernsthaft noch so ein teures Zeug fertigen so ich brauche noch mehr das fällt mir gerade auf so ich müsste es haben gehen habe ich aber gerade nicht so lust drauf ich weiß ich bin gemein ich bin gemein ich bin gemein ich bin so gemein O.O. Ich bin so gemein. Ich bin so gemein. Ich bin so gemein. Ich bin so gemein. So fertig. tümtüdümtüdümtümess craftet natürlich schneller als der andere kollege so craft noch mal ein oder ja ja genau ich muss unbedingt das frisst echt schon lange ins deck was ich nicht brauche dieser stuhl der ist albern wie ich weiß nicht was ich nicht noch ein unterteil dafür habe ich schon verpflichtet passiert gut leute nur vier konnten im system ist katastrophal wir prüfen mal ganz kurz über firefox wie das denn aussieht wenn ich fünf konnten pflanze fünf konnten wäre okay also nur fünf konnten darf ich das gut was ist denn da aktuell los für betrieb täglich kommt hier was an die krise wir haben echt zu viele sahen muss man ganz ehrlich sagen hauptsache man hat eine hauptsache man hat wo das tun wir in der kiste das tun wir einfach in der kiste als beifahrer sitze ich hätte nie gemacht deswegen geben wir den wahrscheinlich weil viele das als ressourcenverschwendung ansehen sehe ich auch so wenn du nicht zehntausende ressourcen hast brauchst du so ein scheiß nicht ganz ehrlich und wir tun jetzt auch mal meine teure schubdüse hier rein also wir müssen jetzt den aufzug ablöschen den aufzug ablöschen ich bin bescheuert ich bin bescheuert ich bin bescheuert ich weiß ich bin bescheuert ich war es so wir müssen jetzt hier hoch hoppen hopp 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 dann von hier geht es dann mit hilfe des lift ist erstmal wieder ein paar etagen nach unten um dann nach ganz unten zu fallen gott sei dank war da der lift genau das war der sinn der sache ganz unten zu fallen so jetzt sind wir wieder ganz oben hüpfen jetzt die treppen hier nicht feierlich nicht feierlich was du da gebaut hast da fällt man so schnell die treppen runter das ist nicht schön also sie gut da war es auch schon weg nun hier war der blog früher gesagt 8 t genau das heißt bum 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 oder so vier pisten habe ich nur zwei und meine anderen und die sind nicht noch unten sind anbieten also ein pisten die lücke zwei pisten drei pisten vier pisten so ich laufe jetzt nur hinunter weil ich zu blöd war die mitzuschleppen also was krieg ich echt die krise die krise ne das wird nix das und das so hier sind noch eine pisten und wo sind noch eine pisten hier muss doch noch eine piste rumfleuchen und korchen genau jetzt haben wir noch zwei pisten so 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 ich ich hier das so Ich hätte nicht so weit runter springen sollen, denn ich muss doch hier wieder dran. So, jetzt laufe ich noch mal die ganzen Leder hoch und runter. Hm. Nur so passt. Okay. Dann erst mal runter wieder. Piep, 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 piep. Das war's. Ne, da muss noch was gehen, Leute. Da muss doch noch was gehen, oder? War das wirklich? Ne, da muss noch was gehen. Scheiße, das ist mein Tod. Doch nicht. Gott sei Dank war ich ausgenockt. Pfff. Warum bin ich noch runtergefahren? Aber warum geht denn nicht höher mehr? Der müsste doch noch höher gehen, oder nicht? Hm. Hm. Hm, 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 hm. Seltsam. Seltsam, 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 seltsam. Okay, das heißt, da muss ich einfach die Etage anpassen. Da ist jetzt auch nicht so schwierig. Nur sagen wir einfach, die Etage ist dann hier. Jo. Da ist in Ordnung, er passt. Steht halt noch nicht perfekt, aber es geht. So. Hoppala. Das heißt, die nächste Etage muss jetzt. Passt. So, jetzt. Nächste Etage. Nächste Etage. Witzig. Passt. Wir fahren jetzt mal hoch. Wie? Hint doch noch. Ach, wir fahren noch. Entschuldigung. Wir fahren noch. Irgendwie nicht, wir stehen. Wunderbar. Tür zu. Jetzt geht es ab. Hui. Äh. Jetzt geht wieder hoch. Perfekt. Der macht gar nichts. Oh, die ergibt. Oh. So, das heißt, ich muss die vier noch ein bisschen. Die will nach ganz unten. Unten. Wunderbar. Unten ist man. Oh. Schnell ist er. Ja. Reicht das fürs Erste oder... wie hätten wir es gerne eigentlich will ich das automatisch in die Etage fährt also mit dem Knopf statt mit dem Schalter fürs Erste reicht's würde ich sagen der erste Prototyp das heißt der fährt schon das ist das Wichtigste das er fährt Hauptsache er fährt ganz wichtig Leute Hauptsache der Aufzug fährt ist halt ein zügiger Aufzug so schnell der ist halt zügig gut schnell so was haben wir Handbox Langweilig 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 Handschuhe hier du hast schon Schuhe bitteschön wie lange dauert es paar Sekunden aber trotzdem wollen wollen wir ja und die Chance geben uns kurz die dann sehen wir es nicht ein gut e jetzt siegt der Scheiß aus so Wohlneve machen Feierabend ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag wunderschönen, einen wunderschönen Morgen und damit noch Tschüss und Miau, Ciao